Willkommen in diesem schicken Ford Fiesta Ambiente, dreitürig, mit guter Ausstattung. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Der Motor dieses Fiesta ist Schadstoffein Euro 5, somit bekommt er die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß fällt die Kfz-Steuer gering aus. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und beheizt. Die dreitürige Karosserielinie mit Heckspoiler wird sportlich dynamisch. Zur Unterhaltung steht ein USB und ein AUX-Anschluss fürs Radio bereit. Zu den 14 Zoll Sommerrädern mit Radabdeckung gibt es noch ein platzsparendes Reifenreparatur-Set. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sitze sind komfortabel. Auf der Rückbank finden drei Personen Platz. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Für Sicherheit sorgen sieben Airbag ABS ESP. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch ein USB und AUX-Anschluss. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autosfilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesen praktischen und doch so sparsamen Fiesta werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss! Tschüss! Z Welchen, Gebrauchwagen und Service. Werden Sie sicherlich und